30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versalmung. Die Versalmung sind erschienen. Geh hoch. Aber du machst keiner anders von so einer Minderwertin, wie wir die Gänze erwarten. Die Gänze von einmal nehmen. Zulatzeinfosieren. Zulatzeinfosieren. Das erste Mal wiederum die Daten müssen, wenn du Fakes. Die Daten an die Netze kommt los. Daumen hoch auf eine Reihe. Bolten, Bolten, Bolten. Wenn das die Punkte drüben kommt, es geht ja, ich bin es geht ich habe noch ein paar andere aber Du, du mutierst ja nicht mehr, Alter, ich hätte das genau wie irgendwo gemacht, was denn? Ich dachte, ich hätte den Hubschick nicht gehabt. Komisch, dass nicht mal einmal und... Ich komm immer hin, ich komm immer kaputt. Mach rein... Machen... Ich stehe mal den Bot hier noch. Ich kann dir helfen das besser zu machen. Genau so, das habe ich es gemacht. Ich stehe mal wieder auf hier, wo du stehst. Ich stehe mir zu. Ich probiere einfach alles. Ich stehe mal wieder auf. Das geht auch ein bisschen schneller. Wie ist das? Kein Bock jetzt alles zu ziehen. Ich theoretisiere eine Wienerlage. Weißt du wie? Komm jetzt wieder. Ich mach den wieder. Ja, das hat eine Chance von 50%, 30%. Ja, mach du den. Du würdest dich mal nicht mehr versuchen schaffen. Nein. Nein. Ich habe ihn nicht mehr mit drin gemacht. Ich bin sehr interessant. Aber ne jetzt nicht, glaube ich, der größte Fusso in der Herbol, ok? Warte auf, ne? Punkt. Oh, ne, okay. Okay. Ey, der eine ist weg, oder? Ach nein. Oh, ne, warte mal. Ey, sicher, dass das zu heißen? Da ist nur einer. Da sind zwei. Das ist eine. Oh, ich bin dabei drei, wie soll ich zwei Spieleken schenken? Oh, ich bin dabei auch zwei. Ja, ja, schnell. Auf mich warten wichtige Aufgaben. Oh, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei.